Wann würden Sie den Ball stimmen? Ja, es war definitiv nicht leicht. Von der Piste her sind einzelne Tore, wo einfach schon die Spur sehr groß ist. Generell ist es im unteren Abschnitt besser noch. Es haltet von dem Wetter, das ist eh noch halbwegs gut, aber es ist natürlich nicht einfach.